Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu meinem Fazit Video, zu meiner Zusammenfassung oder wie auch immer ihr das ganze nennen möchtet, zu meiner selbst auferlegten Challenge 30 Tage rauschfrei. An alle die von euch, die von der Challenge nichts mitbekommen haben oder die nicht wissen, was mit der Challenge gemeint war bzw. wie, wo, was, warum, werde ich das Ursprungsvideo von der Challenge verlinken unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das ganze vorher mal anschauen. Wäre vermutlich ganz interessant, das vor diesem Video zu gucken, damit ihr einfach Bescheid wisst, um was es hier geht. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal die Gelegenheit nutzen, um auf meinen Instagram-Account aufmerksam zu machen, auf dem ihr mir sehr gerne folgen könnt. Einige von euch haben den Weg ja schon von alleine dorthin gefunden. Ich versuche dann in nächster Zeit ein bisschen aktiver zu werden, vor allem was Storys angeht oder vielleicht auch mal den ein oder anderen Livestream machen. Würde mich einfach freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet, weil ich dort auch einfach ein bisschen aktiver sein kann, wie halt hier jetzt auf YouTube, da so eine Videoproduktion halt doch mehr Zeit in Anspruch nimmt, wie jetzt eben halt mal kurz eine Story zu machen oder irgendwie einen Livestream. Und damit ihr auch einfach allgemein nichts mehr verpasst. Bevor ich mit dem Video anfangen kann, ihr wisst es, wie immer, hier der Disclaimer, dieses Video unterliegt der künstlerischen Freiheit. Ich garantiere dein Wahrheitsgehalt der Geschichte nicht. Alles ist fiktiv und frei erfunden. Dieses Video soll Drogen in keinster Weise verherrlichen noch zum Konsum anregen. Ursprünglich gab es ja so drei Beweggründe, mehr oder weniger, für die ganze Geschichte, warum ich mir das Ganze auferlegt habe. Deswegen werde ich das Video auch so strukturieren, dass ich nach und nach auf die drei Punkte eingehen werde. Die Punkte waren ja zum einen der Konsum aus Langeweile bzw. der Konsum aus Gewohnheit oder wie auch immer. Der zweite Punkt war die ganze Thematik mit einfach mal dem Körper nach so einer langen Zeit die Möglichkeit zu geben, sich zu entgiften, sich zu erholen und auch ein bisschen die Willensstärke zu testen auf jeden Fall. Und der dritte Punkt war der Punkt mit den psychischen Probleme, die mich leider in letzter Zeit oder schon etwas länger, ja, mehr oder weniger begleiten. Dazu möchte ich aber nach wie vor nicht wirklich was sagen. Dazu kommt vielleicht separat mal noch ein Video. Muss ich mal schauen, aber ja, so viel vorab. Ich habe jetzt hier mal wieder kein Konzept oder irgendwie sowas vorbereitet in die Richtung. Ich mache meine Videos ja in den meisten Fällen so auf Freestyle Basis mehr oder weniger. Klar habe ich mir jetzt ein paar Punkte überlegt, die ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Aber verzeiht es mir in diesem Sinne einfach, wenn ich mal wieder ein bisschen abschweife, was mir leider sehr häufig passiert. Ich weiß auch nicht, warum. Wäre eigentlich mal ein Anreiz, einen Podcast zu machen, oder? Ich weiß nicht. Hätte jemand von euch Bock auf Podcasts? Weil wenn da das Interesse besteht, könnte man sich das ja echt mal überlegen, weil, ja, keine Ahnung, nicht immer so lustig Videos auf 30, 40 Minuten zu strecken und da halt ewig viel außenrum zu babbeln. In einem Podcast wäre das dann wieder was anderes. Da geht es ja nur darum. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob da Interesse besteht. Dann werde ich mir da mal vielleicht mal was überlegen. Als allererstes muss ich sagen, es ist einfach fucking insane, wie schnell diese 30 Tage jetzt rumgegangen sind im Endeffekt. Also zwischenzeitlich hat es sich in manchen Perioden relativ lang angefühlt, aber so zusammengefasst und rückblickend ist die Zeit doch sehr schnell rumgegangen. Was bestimmt größtenteils aber auch einfach an der aktuellen Situation liegt, die halt, ja, leider nicht so wirklich geil ist. Aber, ja, es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Die Tage sind halt einfach irgendwie alle gleich. Deswegen finde ich, geht die Zeit rasend schnell rum in letzter Zeit. Vielleicht kann da ja irgendeiner von euch dazu relaten, der da, ja, das ähnliche Zeitempfinden hat. Aber ich habe irgendwie mittlerweile auch jegliches Gefühl für Zeit verloren. Klar weiß man es, wenn man auf Arbeit konfrontiert wird, was für ein Datum man halt heute hat. Aber, I don't know, die Zeit ist irgendwie so relativ geworden, wie sie ja eigentlich schon immer ist. Aber es ist jetzt einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl. Kommen wir gleich mal zum ersten Punkt, was die ganze Geschichte anging mit dem Konsum aus Gewohnheit bzw. Langeweile, was in meinen Augen ja mehr oder weniger der Hauptpunkt war, warum ich das Ganze gemacht habe. Weil mir einfach aufgefallen ist, dass ich mehr träume, als es jetzt irgendwie Sinn hätte. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich meine, es ist immer sinnvoller, irgendwie halt clean zu sein. Aber, ja, es war halt einfach irgendwie mehr, als man jetzt hätte unbedingt machen müssen. Und vor allem auch regelmäßiger. Und eine Regelmäßigkeit in einem Konsummuster zu haben, ist halt eigentlich immer schon mal sowas, wo die Alarmglocken schrillen sollten, dass man da mal ein bisschen was ändern soll. Weil das will man einfach nicht haben. So, man will ja irgendwo immer halt noch selbstbestimmt die ganze Geschichte angehen. Und deshalb war das für mich auf jeden Fall auch somit der Hauptbeweggrund. Ich dachte, actually, das Ganze wird echt anstrengend, da es sich ja doch über einen längeren Zeitraum von, ja, mehr oder weniger zwei Jahren, zweieinhalb Jahren jetzt halt gestreckt hat, wo halt dieses Raster einfach so im Alltag, in meiner Freizeitgestaltung, aber auch jetzt an einem normalen Arbeitstag, wo das Ganze halt einfach so ein bisschen verankert war halt. Einfach was das, ja, ich würde schon fast sagen, was das Lebensgefühl halt so angeht, die Tagplanung. Aber ich muss sagen, so die ersten ein, zwei Wochen waren echt brutal einfach. Also ich weiß auch nicht, warum. Ich dachte eigentlich, die ersten ein, zwei Wochen werden so die schlimmsten Wochen. Aber im Endeffekt waren die ersten zwei Wochen die leichtesten Wochen und es wurde dann erst so gegen das Ende hin härter. Was irgendwo auch Sinn macht, weil ich ja jetzt keine irgendwie körperlichen Entzugserscheinungen hätte, die dann mit der, ja, mit der Dauer der ganzen Geschichte abnehmen, sondern dass es ja einfach wirklich nur so eine Kopfsache ist bei mir. Und ja, am Anfang war das Ganze halt irgendwie noch, ja, es war halt neu und man hatte da einfach Bock drauf, man war motivated, man hat es halt so voll als seine Mission angesehen. Also mir ging das so, ich hatte da schon echt Bock drauf und war da auf jeden Fall auch übel drin. By the way, so dieses, wenn ich ab und zu mal so anspreche, so dieses mit Mann. Es gab ja ein paar Leute von euch, die da auch mitgemacht haben. Auf Instagram haben wir ja da auch der ein oder andere geschrieben. Fühlt euch gegrüßt an dieser Stelle, wenn ihr das Video schaut. Bis zum Ende ist dann leider ein bisschen so die, ja, über die Mitteilungsrate irgendwie so ein bisschen abgeklungen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch das bis zum Ende durchgezogen haben. Der ein oder andere hat ja dann auch irgendwann im Laufe des Weges gefällt, wo wir dann auch ein bisschen über die ganzen Fails gesprochen haben, beziehungsweise halt nochmal versucht haben, gegenseitig zu motivieren und dass es jetzt kein Beinbruch ist, wenn man da dann halt irgendwie doch mal irgendwie konsumiert hat, obwohl man das eigentlich nicht wollte. Jetzt habe ich schon wieder den Faden ein bisschen verloren wegen diesem, ja, wegen diesem Ausschweifen hier. Ah ja, genau. Auf jeden Fall, die ersten zwei Wochen waren da echt easy. Ich habe, ja, wieder so ein bisschen das Zocken, beziehungsweise das Serie schauen, auch teilweise, aber hauptsächlich das Zocken so für mich entdeckt, was ich irgendwie in der Zeit vorher nicht so wirklich mehr gefühlt habe, sondern da dann halt die Abendbeschäftigung halt eher ein paar Bierchen zwitschern oder halt was Smoken war und einfach ein bisschen zur Musik zu viben und im Endeffekt gar nichts zu machen. Deswegen war es mal wieder echt erfrischend, halt so zu zocken, weil, I don't know, die meisten Games machen zwar stoned oder betrunken oder angetrunken zwar auch Spaß, aber gerade so im Competitive-Bereich finde ich da das meiste dann, oder was heißt Competitive-Bereich, wenn man das Ganze halt einfach ein bisschen ernster spielen möchte, ja, finde ich ist es halt eher kontraproduktiv, da dann irgendwie was zu konsumieren, aber da ist ja jeder Mensch anders gestrickt, meine Meinung. So nach Ende oder Mitte bis Ende der zweiten Woche hat es dann so langsam angefangen, dass so täglich halt mal der ein oder andere Gedanke kam, jetzt halt irgendwie mal wieder, ja, irgendwie einen Traum zu starten oder irgendwas in diese Richtung, was tatsächlich die ersten ein bis zwei Wochen gar nicht kam, es war aber auf jeden Fall erträglich, also es war jetzt nicht so, dass mich der Gedanke jetzt den ganzen Tag begleitet hätte oder sowas, der Gedanke kam, so vielleicht hochgerechnet einmal am Tag, wenn überhaupt zweimal und hat sich auch relativ schnell wieder, ja, verflogen und das Ganze war jetzt mental nicht so überanstrengend, dass ich da jetzt wirklich dagegen ankämpfen musste, sondern es ging ziemlich easy von der Hand. Irgendwann ist es mir dann halt aber irgendwo auch ein bisschen auf den Sack gegangen, weil, keine Ahnung, das kann man halt mal zwei, drei Wochen so machen, also halt irgendwie seine Abende füllen mit, ja, I don't know, Zocken, Serie gucken oder so, aber mich belastet das vor allem momentan einfach extrem, dass man halt einfach nichts machen kann. Also wir hatten ja bei uns auch eine Ausgangssperre hier, das heißt, man durfte auch die ganze Zeit halt nach acht nicht mal mehr rausgehen, weil einfach jeder Tag gleich so, gehst halt arbeiten, kommst heim und das war's dann halt. Und ja, ich bin halt ein Mensch, der eigentlich sehr gerne viel unterwegs ist und das ist halt weggefallen und deswegen hat dann die Beschäftigung, die jetzt halt am Anfang des Lockdowns letztes Jahr, als halt keine Konsumpause war, was halt die Freizeit gefüllt hat, ist dann halt einfach ein bisschen weggefallen und hat da halt einfach so ein Loch reingemacht, weil ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, zu einem gewissen Grad ist das Ganze halt auch einfach irgendwo ein Hobby, da kann man jetzt halt von halten, was man will, sowas als Hobby anzusehen, aber mein Gott, ist mir auch egal, was da jetzt irgendwie jemand drüber denkt, so ist mein Leben und einfach so meine Meinung, aber Drugs sind halt irgendwo schon so ein Hobby geworden, das heißt jetzt halt das, ja, informieren darüber, halt irgendwelche globalen Veränderungen zu gucken, was die Gesetzeslage in anderen Ländern angeht, allgemein halt einfach irgendwelche Dokus, vor allem im Bereich Psychedelika und Spiritualität, was ja auch eng verknüpft ist, gibt's ja da einfach ein Arsch voll Zeug, dass man sich pressen kann und natürlich halt auch irgendwo der praktische Teil und die ganze Zeit halt nur die Theorie zu machen quasi und den praktischen Teil nicht machen zu können, hat dann halt irgendwo auch schon, ja, abgefuckt, keine Ahnung, Leute, die normal im Kopf sind und irgendwie halt normale Hobbys haben, werden das ja bestimmt relaten können, wenn man, ja, wenn halt so das Hobby wegbricht, das fuckt halt schon ein bisschen ab und macht einen so ein bisschen zappelig, deswegen kann das halt schon auch das ein oder andere Mal so ein bisschen hoch, dass halt einfach die Mut gedrückt hat, aber es war wirklich alles im Rahmen und ich hab mehr oder weniger gemerkt, was ja das Hauptziel war, so okay, es besteht in keinem Ansatz jetzt irgendwie eine Abhängigkeit, also auf eine Substanz gerichtet war ja sowieso nie irgendwie jetzt die Vermutung, aber halt so dieser Drang zum Rausch, mehr oder weniger zum Berauschen war ja so eine Vermutung von mir, die ist aber weggefallen, also da bin ich eigentlich ganz cool mit und hab halt gemerkt, okay, ist jetzt nicht wirklich der Fall, deswegen so viel eigentlich dazu, zu dem ersten Punkt. Zur Willenskraft gibt's ja an und für sich eigentlich nicht so viel zu sagen, ich meine, ich hab das Ganze gepackt und es ist mir halt so alles in allem auch nicht wirklich schwer gefallen, das ein oder andere Mal gab's schon so Momente, wo ich vielleicht so, wenn ich mal wirklich ganz ehrlich zu mir bin, zwischendrin dachte, ja komm scheiß drauf, bricht das ganze Zeug ab und keine Ahnung, fetzt jetzt einfach irgendwas, aber ich hab's halt einfach nicht gemacht und es tut einfach auch irgendwo gut, so, ja, so rückblickend zu sagen, man hat das Ganze gepackt und man war halt einfach mental so stark, das Ganze zu machen und insofern auch irgendwo halt ein wirklich befriedigendes Gefühl. Zur Geschichte mit der körperlichen Entgiftung, das klingt jetzt irgendwo so, keine Ahnung, krass, weil, ja, jetzt irgendwie nicht die gängigsten oder kommen wir zur ganzen Geschichte mit der körperlichen Entgiftung. Ein Thema, worüber man eigentlich, wenn man sowas mal macht, ewig langes Video machen könnte, beziehungsweise man das Ganze auch mal öfters machen müsste, über längere Intervalle und dann auch mal halt in den Intervallen, in denen man viel konsumiert, auch mal so drauf achtet, ja okay, wie sind gewisse Dinge so und dann vergleichen, wie sind die Dinge halt wenn man das Ganze nicht macht, weil eins ist uns allen klar, ja, Konsum tut einfach das Wohlbefinden oder einfach allgemein, wie ihr euer Leben, euer Umfeld und alles wahrnehmt einfach, ja, beeinflussen. Ich möchte jetzt nicht direkt sagen einschränken, aber es größtenteils schon eher negativ, also in so einer Phase verbessert sich der Gemütszustand eigentlich meistens nur erfahrungsgemäß bei mir. Aber deswegen ist es halt jetzt auch so ein ewig langes Thema und ich werde da jetzt nur so auf die auffälligsten Sachen eingehen, die mir halt so aufgefallen sind. Ich muss fairerweise gestehen, ich hatte in der ganzen Zeit absolut gar keine Probleme mit dem Einschlafen, was viele meinten, dass sie da übel die Probleme haben. Im Gegenteil, ich konnte eigentlich sogar besser schlafen und habe mich auch einfach deutlich erholter gefühlt, weil mein Körper halt während des Schlafs keine Substanzen abbauen musste, sondern sich komplett auf die Erholung einstellen konnte, konzentrieren konnte, was ich insofern halt einfach mit einem viel entspannteren Gefühl nach dem Schlaf, mit viel mehr Energie im Tag, kaum Kopfschmerzen, höhere hier Konzentrationsfähigkeit, lauter solchen Geschichten halt einfach gespiegelt hat. Das Ganze war jetzt nicht extrem, aber es war halt doch irgendwo spürbar. Also insofern auf jeden Fall mal eine erfrischende, interessante Erfahrung. Ja, kann man machen, muss man nicht machen. Ich bin jetzt allgemein nie so eingeschränkt davon, weil ich ja meinen Konsum dann doch irgendwo in meinen Augen noch unter Kontrolle habe, dass das Ganze jetzt halt nicht so ausartet. Aber je nachdem zieht sich das Ganze ja dann manchmal halt doch nicht nur auf den nächsten Tag nach dem Traum, sondern halt auch teilweise zwei, drei Tage danach und halt einfach mal wirklich so eine Phase zu haben, wo einfach wirklich man merkt, dass es einem halt einfach so komplett gut geht, ist einfach entspannt. Auch allgemein so viele von euch, die regelmäßiger Smoken, werden dieses Phänomen auch kennen, die ganzen Geschichten hier mit dem ausbleibenden Hunger, dass einfach man irgendwann halt ironischerweise eben von Dope halt nicht mehr so wirklich Appetit auf Sachen bekommt, da das Ganze eigentlich eher Appetit anregend ist. Aber wenn man das halt einfach häufiger macht und auch schon länger macht, dann verfliegt es irgendwann und man hat halt eher irgendwie keinen Appetit mehr so richtig. Ist mir auch aufgefallen, also dass da auf jeden Fall auch der Appetit deutlich zurückkommt und man mehr Appetit hat, man auch mehr essen kann irgendwo oder auch allgemein einfach mehr Freude am Essen hat. Ist auf jeden Fall auch so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Es war eigentlich auch schon so das Hauptding. Ich meine, bei mir waren ja jetzt hier keine gravierenden Substanzen im Spiel, die den Körper jetzt so geisteskrank ficken, dass ich da jetzt halt irgendwie mich wie neu geboren fühle auf einmal. Insofern, ja, es hat sich natürlich auch irgendwo gut auf die Psyche ausgeschlagen, was mich jetzt auch ein bisschen so als dritte Thema ankratzen lässt, auch wenn ich da jetzt nicht so viel dazu sagen möchte. Aber es ist auch kein Geheimnis, wenn man halt das ein oder andere Problem mit der Psyche hat, ist es halt eigentlich eher nicht so ratsam halt irgendwie zu träumen. Aber es lässt sich halt irgendwo auch nicht so vermeiden, beziehungsweise man macht es dann halt einfach trotzdem irgendwie und dass es halt förderlich ist für die ganze Geschichte steht ja mal außer Frage. Also es bringt einen in den meisten Fällen nicht wirklich was, außer man macht jetzt vielleicht irgendwie eine bestimmte Therapie, die halt auch wirklich darauf abzielt mit einem Therapieplan, auch mit Personal, was einen halt begleitet und weiß, wie man halt mit den Substanzen auch wirklich therapiert. Aber so in der Selbsttherapie führt das Ganze doch dann meistens halt dazu, dass das Ganze eigentlich eher schlimmer als besser wird. Ist meines Erachtens ja jetzt nicht unbedingt so krass der Fall. Also ich habe schon gemerkt, dass das Ganze da ein bisschen mit rein spielt, aber auf der anderen Seite schlägt es sich dann auch ein bisschen wieder aus, weil man sich einfach mehr mit der Scheiße halt so beschäftigt und anstatt halt abzuschalten, was das Ganze dann auch wieder auf der anderen Seite negativ macht. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt noch nicht so viel dazu sagen, dazu vielleicht in naher einer Zukunft mal ein Video. Das war es jetzt eigentlich auch so weit von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen darlegen, wie es mir einfach so ging in den letzten Wochen. Ihr könnt mir auch gerne mal noch eure Erfahrungen reinschreiben, wenn ihr auch schon mit sowas Erfahrungen gemacht habt. Ist es euch leicht gefallen? Ist es euch schwer gefallen? Habt ihr vor, das Ganze zu machen? Habt ihr nicht vor, mal sowas zu machen? Einfach immer ab damit in die Kommentare. Das war es dann so weit von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.